vielleicht für euch im turbo das ist sonst ein bisschen zu boring let's go das war der verzweifler witzig ich hatte auch keine hyperbälle mehr also das müssen wir ich weiß nicht da bin ich nicht zufrieden das müssen wir noch mal besser lösen ganz ehrlich also ich habe vorher gespeichert deswegen kann ich jetzt problemlos meinen ds neu starten ihr kennt das prozedere vielleicht ein bisschen besser schwächen das war wirklich wie bitte wenn wir ganz kurz alles alles schließen dort will ich aber nicht hören du willst du denn können wir mal bitte sagen was das jetzt sollte moment 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 your mom wurde gelöscht ehrlich wie bitte wie bitte wie bitte wie 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 Es gibt Geschichten, die schreibt das Leben so. Auch in Pokémon. Wir haben schon krasse Sachen erlebt. Zu Beginn des Pokémon Diamant Let's Plays ein Shiny Shinox. Das war großes Kino. Aber auch das Negative. Erinnert euch an Pokémon Mond und den Kampfbaum. Wo es auch aufgrund eines technischen Fehlers wohlgemerkt zu einer parzlang aufgezogenen Serie kam, dass die gerissen wurde. Und jetzt? Spielstand wurde gelöscht. Ich weiß den ganzen Text gar nicht mehr. Habt ihr dazu noch Informationen? Ich hab ein bisschen gegoogelt, hab ein bisschen geguckt. Normalerweise passiert sowas nicht. Angeblich falsche Cheats. Wobei die Cheats alle wunderbar funktioniert haben. Das hat mich verwundert. Ich wollte doch nur neu starten, um Latias. anders zu schwächen, dass wir das fangen können. Und jetzt dürfen wir bilanzieren. Das ist alles weg. Das hier konnte ich retten, weil ich hier... Ich kann's nochmal zeigen. Okay. Hm. Kann ich nicht so einfach zeigen. Tatsächlich den letzten Safe State gesetzt hatte. Dadurch den Safe State gesetzt, könnt ihr vielleicht sogar ein bisschen nachvollziehen, welcher Part das damals war. Ähm, ja. Ist ja wunderbar. Irgendwann waren wir so gut wie durch, oder? Gut, das wird jetzt nicht der letzte Part sein. Ich werde einfach mal... Gucken, ob jemand mein Team, so gut es geht, rekreieren kann. Dass wir noch den Kampf gegen Rot schaffen im letzten Part. Damit fallen die Arena-Leiter flach. Diese Arbeit. Hier Rematches. Das tut mir leid. Wollte ich eigentlich noch zeigen. Ich wollte noch nach Latias zu Mr. Pokémon gehen. Mir den EP-Teil abholen. Da kann's endlich mal was geben. Wir haben ja wirklich 99% des Spiels gezeigt, würde ich sagen. Nur der Kampf gegen Rot ist halt schon ein sehr, ähm, spezieller, ähm, Bestandteil. Also auch, dass die Pokémon und der Spielstand komplett fehlen, jetzt weg sind, das, das macht mich, also, fuchsig. Wenn ich jetzt das nochmal neu starte, zeig das mal ganz kurz. So war's halt eben der Fall. Scheint hat er sich den Safe State Spielstand merken können. Oder ich laufe mal. Dann machen wir mal den Vergleich. Das ist natürlich ultimativ bitter. Ja. Wenn ich jetzt allerdings mal das komplette Ding schließe. Mal komplett neu starte. Ob er dann auch beim Safe State ist. Das wäre doch dezent verwunderlich. Das kann ja eigentlich nicht sein. Aber weswegen ist es weg, oder nicht? Na ja, jetzt, jetzt sind wir hier. Stark. Stark, Markus. Mein Fehler an der Sache ist, ich hätte ja ein bisschen mehr safen können. Ich meine, immerhin habe ich alles aufgenommen, wisst ihr? Ich habe es auf Video. Ich überdenke, ich habe jeden alten Spielstand noch. Jedes von mir großgezüchtete Pokémon aus allen Let's Plays. Ich kann meine Pokémon Gelb-Raum öffnen, gehe auf den letzten Spielstand und habe da mein Team von 2011. Ich kann Pokémon Feuerrot nach wie vor öffnen. Und habe da mein Let's Play Markus Garadoss. Das geht alles noch. Aber dieses Abenteuer ist gelöscht. Mal sehen, ob mir jemand die Pokémon nachkreieren kann. Was natürlich auch ein Haufen Arbeit ist. Aber so können wir es natürlich nicht enden lassen. Weil ich auch sagen muss, das ideale Ende und das schöne Ende ist ja... Jetzt sind wir doch weg. Gut, dass wir schon weit sind, ne? Wäre ich irgendwie beim sechsten oder beim zwölften Orden... Boah. Ja, auf den Schock beende ich den Part. Nichts zu ändern. Ich könnte doch jetzt zum... Mr. Pokémon gehen und die LP-Teile holen. Aber das hat mich jetzt ein bisschen... Das sind Geschichten, die schreibt das Leben. Wie passiert sowas? Und warum? Das ist unfassbar. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich kann nicht verwirklichen, wann der kommt. Der nächste Part. Oder wie überhaupt. Hau rein, Freunde. Ja, gelitten, ey. Bis dann und ciao.